hallo und willkommen zu einer neuen folge von motorsport manager ja ich habe es ja in der letzten folge gesagt oder davor die folge dass es sein kann dass keine folgen kommen es kann man leider keine folgen weil es viel zu warm war und ich wusste aus der rechner sich nicht aushält ja heute ist gott ein bisschen kühler habe ich gesagt sofort aufnehmen viel aufnehmen wie es nur geht damit halt ihr folgen bekommt und das ganze halt auch weiter kommt weiter geht hier so wir gucken mal wir haben letztes mal in singapur den zehnten platz gut ein punkt immerhin nachdem das rennen manchmal funktioniert da zum fahren aber ein punkt ist ein punkt wir konnten mindestens ja ein bisschen vorsprung auf panther ausbauen auch wenn so ein punkt war aber winzler kann man dadurch näher und das halten wirklich ein kleiner dreikampf um platz 4 bisher läuft sehr sehr gut so der laute typ ist langsam ausgebrannt reparieren müssen wir also gesehen ja wieso nicht aber okay viel können wir so nicht machen sitzen ist ja schon in zehn tagen das ist nicht gut so die beiden können bleiben dann haben wir einmal reifenwechsel die müssen jetzt wieder kram klotzen die leute weil die langsam k.o. sind hier noch ein 17 aber eigentlich ein heber eigentlich ist ein heber dem und ich packe ich mal da rein dich packe ich mal nicht da rein ich habe ein heber mit 17 reifen wechsel ich packe all das ist schwierig weil ich will den gerne einen gerne eine pause geben dem die ganze zeit immer für reparieren zuständig ist aber er kann halt nicht reparieren dann muss er noch dieses rennen deine musste zu sich halten dann wäre es also ausgewandt ist ja wieso keiner gott sei dank so wir bauen ja einen eine bremse ich weiß ich habe einen motor ja ist knapp eine woche eher dass ich aufgenommen habe stock ist besser kuji ein kann kann so schlechtes rennen gefahren in singapur die ich noch nicht erinnern kann von dem her ganz gut wir haben auch drei sponsoren die jetzt da sind repariert sieben sponsoren die uns haben wollen sie gucken mal die bremse kriegen wir hin das ist eine neue bremse für das nächste rennen motor haben wir den neuen motor schon gebaut oder bau wollen wir noch einen bauen ich weiß gar nicht genau hier war das jetzt ich glaube wir wollten noch einbauen der ist 100 ein teil wir wollten auf jeden fall noch aber ich dachte ich wollte mal gucken so hier haben wir schon drei angebote müssen als annehmen wir nehmen die eine million haben wieder geld ja wieder ein bisschen geld jawohl hier haben wir play spot wenn wir siebter werden wenn wir zehnter werden was wahrscheinlicher ist 400.000 platz 4 ist wahrscheinlich ja platz wahrscheinlich als platz sieben und hier haben wir 150 wäre zumindest noch nicht verkehrt aber wir haben noch paar tage zeit dafür schaffen die bremse vor dem nächsten jawohl wir schaffen die bremse genau vor dem nächsten rennen aber ich glaube die wollte ich nicht einbauen 400.000 jawohl jetzt mal richtig gut bestückt was es dann angeht hier haben die nächsten fünf rennen ein mega sponsor den wir machen 900 890.000 minus das ist halt immer noch sehr sehr viel aber wenn man das ganze berechnet wie es ist manchmal nicht so viel minus mehr wie als wenn wir ein sponsor uns gar kein geld gibt das letzte mal ja so noch war so wir haben 55 prozent auf der bremse jetzt wird mir auch ein gutes update wohl dann langsam eigentlich an die leistung mal ran machen müssen nach dem motor denn die werden wir auf jeden fall jetzt gleich bauen und von daher war schon okay wie sieht es hier aus es kommt wieder näher noch krüger sieht danach aus ob die müssen näher kommen feier wird steigt vermutlich wieder ab und hier sieht archer sehr gut aus wenn man hier die fahrer tabelle anguckt aber in echt ist es russ vor arter ok also gar nicht so weit weg hat der eine sechse punkt allein geholt oh man so einen tag sollte auf jeden fall hinkriegen eigentlich die bremse und so und laufen noch einen tag dann haben wir wieder geld oder kriegen schon wieder geld dann darf das vier tage nach wenn man das von den top 10 kommen dann haben wir nämlich gute chancen halt nur 400.000 minus zu machen das ist wer hat mega gut die mechaniker die mechaniker bleiben schön diesen mega gut ich würde ich gern behalten okay epischer epische bremse ist schon mal mehr krass okay wie machen wir das jetzt wir haben drei tage wie 55 und 50 aber nämlich 50 nur bauen wir bauen wir sowieso nichts mehr aber wir müssen ja doch fertig kriegen den motor da ist dann eher die andere sache 29 tage nach dem rennen wo liegen wir dann da ich weiß nicht ob ihn dann fertig kriegen aber wir könnten unsere leistung kümmern 29 tage knapp monat das heißt in dubai wäre dann so gesehen die bremse endlich mal fertig machen wir 2018 punkte ist ein gutes ding und das machen hätten halt fünf punkte weniger und halt drei tage früher fertig das wäre okay höchstgeschwindigkeit plus 100 pro einem im rennen alter macht auch 2,4 millionen das heißt wir haben nur noch eine million auf dem konto ui bremse sieht auch knapp aus wenn wir die bremse haben werden wir halt größer als nichts mehr ausbau also nichts mehr auf zuverlässigkeit machen sondern mehr auf die leistung für nächste saison nach hier die aufhängung muss fertig gemacht werden getriebe sind wir schon noch machen motor dann der neue wenn endlich mal fertig wird dann haben wir noch die bremse erstmal ein auto wird fertig gemacht so können wir die eine bremse einbauen können wir also sehr gut bremsen update cool die fuhr immer noch mit der ersten bremse rum so ja wir gehen jetzt auf leistung macht die aufhängung fertig dann haben wir das auch schon danach geht es auf getriebe von flüge haben wir auch schon motor war auch schon danach auf bremse also auf getriebe und dann drinks sollten wir zumindest mal den stärksten wagen haben die man momentan haben können wir hätten dann zumindest mal etwas ruhe bevor wir dann ins minus gehen weil das werden wir wahrscheinlich ende der saison wie so sein ich hoffe es nicht aber es kann sein also abwarten vielleicht wird das auch eine sehr überraschendsten rennen die wir überhaupt haben weil sydney liegt uns eigentlich relativ gut immer und von daher würde ich dir mal hoffen dass wir das wieder gut sein wird weil das wetter weiß man nie wie das hier wird es kann aber doch anfangen zu regnen obwohl es eigentlich kein regen ist also ganz ganz merkwürdig so sydney wo bist du da haben wir es auf den weichen reifen muss auf jeden fall merken dass wir nächste singapur halt die hart hart variante waren weil die auf jeden fall etwas schneller war als die zwei sparte variante auch wenn die boxen also die boxen gas ein relativ kurzes aber ich glaube bis dahin also sollte ich sagen wir vergessen haben ich kenne mich man es ist mir jeweils immer wieder zehn sekunden der box stehen nur weil das spiel wieder mal alles auf rennen quali drin umstellt hey na guckw wetter es kommt keine regenschauer aber da können wir trockenreifen doch weiter fahren aber es kann halt wieder entscheidend sein fürs rennen die kunde rückstand in der bremse hatte eigentlich nichts mit der geschwindigkeit am auto zu tun doch eigentlich schon kannst du später bremsen weil da was ist oft fahren sind wir sehr gut dran zumindest mit stock oh da kommt aber auch heftiger regen auch huiuiui ach stopp na verdammt ich dachte wir wären noch bei ja ich bin komplett auf der falsche zeit gewesen jetzt müssen wir hoffen dass wir fünf prozent auf die weichen reifen bekommen okay die können wir ein bisschen länger fahren dann der regen kommt danach erst ganz zum schluss dann regnen wir gehen kommt richtig heftig dann weiß man gibt es jetzt dran das setup auch richtig hinzupacken ist ein ganz gutes setup muss man definitiv sagen 94 prozent da geht aber noch mehr da geht noch mehr machen von flüge auf 19 und mehr endlich bin eigentlich mehr beschleunigung wir machen mehr beschleunigung wir haben ein solides setup von daher zumindest ist bei stock wir machen den wagen geschwindigkeit ist aber perfekt machen den wagen aber trotzdem etwas zwei stufen weicher und gehen ein ein bisschen weniger auf freund flügel dadurch passt das wieder hoffe mal also schön dass halt sowas perfektes haben also auszeichnet haben dann ist das ganz gut aber wir kommen auf jeden fall gleich noch mal rein ob wir nach fünf prozent auf regen drin bringen bringen genau gegen drin vor allem auf quali drin bekommen regen reifen so war nicht mein gott vorher war die lenkung besser ok dann müssen wir den wagen härter machen so wir gehen jetzt schon kommen jetzt wieder rein und gehen dann auch die regen reifen auch die full weight reifen vielleicht gehen wir 5 prozent auf die weichen reifen haben wir ja schon die 5 prozent ok das auto ist ganz gut eingestellt müssen wir die dynamik nummer anpassen die war da besser jetzt wir gehen hier auf 17,5 so das passt doch auch quali drin und gehen direkt auf die full weight auch wenn es noch ein bisschen dauert bis der regen kommt aber ansonsten ja wer ist halt sicherer für die fahrer so den wagen machen auf jeden fall jetzt härter die aerodynamik war auch gut da packen wir noch ein bisschen weniger drauf aber mehr beschleunigt sonst passt das nicht mehr aber so perfekt 20 sekunden stehen wir nur kriegen dann 22 sekunden stehen wir nur dann sieht halt komisch aus wenn wir auf rockener strecke noch mit dem regenreifen fahren jetzt extrem langsam aber ab jetzt würde ich sagen ich bin aber gespannt ob irgendjemand noch auf rocken auf regenreifen rauswert noch nach intermedien zum den manchen noch na becker ist auch noch auf regenreifen aber wir schaffen es 5 prozent auf regenreifen und 15 prozent quali drin ist auch zumindest etwas ich wollte gerade rein rufen fahrer wie immer letzter aber nicht so weit weg nur zwei zehntel komm schon surikow fahr über linie eine sekunde rückstand im training mit den weichen reifen die super weichen reifen sondern den anderen ok jetzt können wir ganz zum schluss wir werden auf jeden fall raus von auf intermedien am ende noch mal auf die trockenreifen hier werden er die temperatur sein die das besser macht also ich erwarte eigentlich dann fast schon dass es auch im rennen regnet wenn es jetzt jetzt schon halt in beiden sachen regnet man weiß 100 prozent ich habe noch nie 100 prozent ab gehabt noch nie speichern das alte setup mal löschen jetzt wo ist altes setup das war ja ganz okay aber das neue ist ja mega gut hey wo ist das andere sidney setup jetzt was ich gerade eben hatte das kann man löschen also 100 prozent setup das ist schon sehr 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 gut nicht perfekt aber sehr sehr gut nicht viel zeit auf der strecke oder halt allgemein jetzt müssen alle noch reifen wechseln bevor sie rausfahren es kostet die natürlich richtig zeit und dadurch könnten wir am ende richtig gut weiter vorne kommen umso länger sie warten mit dem rausfahren umso unwahrscheinlicher sind dass es schaffen eine zweite runde zu fahren ein top 10 sollte auf jeden fall drin sein nur gut wird jetzt erst raus und die sind schon auf unserer schnellen runde an zwei fahrer sehr sehr spät haben wir das wetter nicht beachtet dass es irgendwas hat noch trocken wird oder warum und dann sind wir erst da ein sechster sind schon gar nicht so langsam noch nicht so weit weg von der führung auf jeden fall müssen wir relativ früh noch raus eigentlich sofort weil ganz am ende kommt ja noch mal die kleine regenschauer deswegen fahren wir jetzt schon raus weil der diese mini regenschauer der am ende noch kommt der könnte am ende da wollte ich sagen wir sind da sind ja gut aus aber scheinbar sind wir doch so gefahren dass es halt richtig schlecht war aber alle sind halt hier sind kunterbunten ding die die jetzt noch auswand schaffen es noch platzien schafft es nicht mehr hamilton schafft nicht mehr über linie stock mit absoluter bestzeit da kippt der regen also selbst wir haben jetzt richtig sogar wieder schlechten einfluss und zweiter kusch auf pol zeit auf polo wir haben schon mal glück dass wir kein geld sein müssen ich würde mal sagen dann hat haben sich da ein bisschen verzockt die sind ein bisschen zu spät rausgefahren das macht das ganze darin richtig spannend beide steinmann ganz hinten ein rosini mitten im feld einer vorne und zwei kitanos auch vorne beide panthers ganz hinten für uns natürlich mega gut von daher bin ich gespannt es regnet schon okay heftig das ist ein regen rennen müssen wir ich glaube ein bisschen kurzzeitig intermedien aufziehen damit auf regenreifen wechseln und wieder auf intermedien wechseln das wird ein sehr sehr interessantes rennen wir nehmen auch ein bisschen sprit raus drei liter geben auch kein gas am anfang weil die wahrscheinlich dass wir dann rausfliegen ist halt sehr 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 hoch das waren wir vielleicht so